Hallo, herzlich willkommen bei PönitzTV. Ich stehe heute hier auf der Seebrücke in Niendorf und neben mir steht Strandpastorin Katharina Graller, die hier zusammen mit vielen Leuten, die sich gerade hier versammeln, jeden Donnerstag eine Atempause abhält. Was ist das? Na, wir nutzen den Sonnenuntergang, damit wir hier ein bisschen zur Ruhe kommen und zu sich kommen und zu Gott kommen. Und das nennen wir Atempause am Meer und wir machen das jeden Donnerstagabend in der Hauptsaison im Juli und August laden wir alle Einheimischen und Gäste ein, hier mit uns eine halbe Stunde Pause zu machen, Atempause. Was haben denn wir heute geplant? Also wie läuft so eine Andacht ab? Naja, das ist so eine Mischung aus bisschen singen. Wir dürfen ja draußen singen, das ist sehr schön. Geschichte hören, schweigen, hören und ein bisschen über das Leben nachdenken und eben heute über das Thema aufbrechen. Wann müssen wir eigentlich aufbrechen im Leben? Und wozu brechen wir auf? Und wohin geht die Reise? Und was braucht man eigentlich, wenn man im Leben aufbricht? Es ist Lena Sonntag, das ist ja die Kantorin von Niendorf, spielt Klavier. Wir haben sonst auch mal Gitarre oder Querflöte. Alles, was gut draußen klingt und trägt. Ja, und wenn Sie mal Lust haben, eine Atempause am Abend bei Sonnenuntergang am Meer zu genießen, dann kommen Sie doch vorbei. Jeden Donnerstag im August um halb neun abends. Jeden Donnerstag im Augustümer Untertitelung des ZDF, 2020